ja ich habe bereit gemacht wir können und da und da und da und da Und ich bin wieder der Erste, wie immer. Gott, hat das bei mir gerade lange gedauert. Tito. Und bei CO2 wird es wieder ewig dauern. Hey, das ging aber mal recht zügig hier. Ich habe Fotoapparat, Sprachbox und meine Taschenlampe. Ich habe bisher nur eine Taschenlampe. Foto, Crucifix, dreckiges Wasser, Gruppen. Ja. Taschenlampe und Thermometer. Da nehme ich noch ein Video mit. Schlüssel? Hat schon irgendjemand eingesagt? Was ist das grüne hier oben eigentlich in der Box? Audiosensor. Okay. War der nicht immer weiß? Nee, das ist der Sprachsensor, glaube ich. Sprach- und Audiosensor gibt es. Ich gehe hoch. Hier ist der Knopf. Ich gehe mal in der Fotokamera wegen dem Knopf. Ja, hab ich. Ja, ich glaube eigentlich. Bist du da? Möchtest du duschen? Zeige dich, Geist. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Bist du hier? Bist du hier? Bist du da? Bist du da? Hier oben wird mir nichts durch Talkbox angesagt. Aber hier ist ein Bild runtergefallen im Flur. Ja. Da ist er vielleicht irgendwo hier in der Nähe. Hier ist der kleine Raum, es steht drin. Ich komme gleich. Wo war denn der Knochen unten? Sicher, weil ich habe hier auf dem Flur EMF. Beziehungsweise hier in dem Raum. Dann nicht. Ich habe hier an der Ecke EMF. Ah ja. Hier habe ich 16 Grad. Also ich stand hier im Raum und habe hier im, also hier in der Tür habe ich EMF 2 gehabt. Dann kommen wir hier rein. Ich habe hier minus 2 Grad. Okay. Also er ist ja kein Skizlierter in der Tür. Ja. Ja. Ja da schauen wir das. Also haben wir schon Minusgrade. Ja. Ja. Ah dort der. Ich hole mal, haben wir eine Fingerabdrucklampe oder so. Weil der hat ja das Bild runtergeschmissen. Sollten wir haben. UV-Lampe. Und wer hat die dann? Ich habe die gerade, ich habe sie gerade geholt. Ich schaue gerade. Wo ist der im Airfreaker hin? Im Bus. Ich habe ihn nicht. Ich, ich bring mit. Also Fingerabdrücke habe ich keine. Du bist in den falschen Raum reingegangen. Ich bin in gar keinen Raum, weil hier draußen ist das Bild rausgegangen. No. Ja, aber du hast in den falschen Raum die Sachen reingestellt. Das. Das Buch. Was? Ja, es ist der Raum. Du hast in den einen Raum weitergeräumt. Alles. Ups. Was? Ja. Ich habe hier alles abgeschaltet. Jetzt habe ich noch keine Fingerabdrücke. Was? Are you? Are you here? Are you there? How old are you? Fingterauschlag. Damit nước dahin weist. CO2 mach mal deine Taschenlampe nebenbei aus Geister Orb Okay, damit haben wir schon alle Hinweise Es ist ein Phantom Trotzdem haben wir noch Aufgaben zu erledigen 45es Wasser und Kruzifix und noch irgendwas Was war ein Kruzifix oder mit ein Kruzifix nochmal? Geist vertreiben und ein Kruzifix Hand abhalten Das Gerät explodiert hier gerade Wir werden kein Foto vom Geist machen können Und warum werden wir kein Foto vom Geist machen können? Weil das Phantom dabei verschwindet Soll, warum hole ich mir da eine Kamera? Dreckiges Wasser Bis jetzt ist noch keins an Da ist jemand gestorben Wer ist gestorben? Dacko Aber wo? Frag ich mich auch Töter Körper wurde auch gewertet Wir haben auch die ganze Zeit Sound in dem Raum Ja Ja Brauchen wir noch dreckiges Wasser? Ja Dacko hatte ein Fotoapparat dabei Und das Kruzifix Dann hole ich mir den Kruzifix habe ich oben vorgelegt eigentlich Ok 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 You have to find Give us a sign Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Gib uns ein Zeichen Gib was es sein Seid ihr draußen gerade geflackert das Licht Das tut es davon an Jetzt war es ein Bis zum nächsten Mal CO2, nein Wo bist du gestorbt CO2? Du lebst nicht mehr CO2 oder? Scheiße CO2, wo bist du gestorben? Du lebst nicht mehr CO2, nein Ich liebe diese Geister Ich habe dich CO2 Ja Jetzt ist die Frage Soll ich noch abwarten bis ich ein Foto vom Wasser machen kann oder soll ich abfahren? Wenn ich abfahren soll, lasst mal die Fotos jeder einmal fallen Okay nochmal, wenn ich abfahren soll, lasst die Fotos einmal fallen, wenn ich versuchen soll das Wasser zu fotografieren, zweimal fallen lassen Und was ist das Wasser ist wenn ich sterbe? Also ich soll das Wasser machen, okay Okay Hmm Hmm Hmmmm... ... In den Geisterraum werde ich jetzt definitiv nicht reingehen. Es tut mir leid, das musst du sein. Oh man, ich kann es alleine. Oh man, ich kann es alleine. Oh man. Oh man, ich kann es alleine. Oh man, ich kann es alleine. Warum fliegt hier ein Schuh durch die Gegend? Warum soll ich raus? Ihr wollt wohl, dass ich sterbe. Was denn jetzt raus oder rein? Hey, wisst ihr was? Ich mache jetzt los. Nee. Stopp, man muss doch nicht versiehen. Willkommen zurück. Ich habe ein paar Jobs bereit für dich. Ich? Ja? Du hast hier zwei Mal nicht drin. Aber er ist trotzdem mit dir. Eingetragen hatte drauf nicht alles. Ich? Okay. Ja. Ich? Ja. Ich? 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 Ich?